Einen Tipp für gute Selbstversorge habe ich für euch. Ich bin Ulrike Scheuermann. Achte auf deine Grenzen. Das wirkt banal, aber es ist enorm wichtig, dass du merkst, zum Beispiel durch Körpersignale, wann du eigentlich erschöpft bist und deine Kraftgrenzen erreicht sind. Und dann kannst du Pausen machen. Mikropausen, Minipausen, kleine Pausen. Und die können auch nur 10 Sekunden lang sein oder vielleicht auch eine 5-Minuten-Pause zwischendurch mal. Und das kann dir enorm helfen, über den Tag hinweg bei Kräften und aktiv zu bleiben und nicht so, dass die Kurve, die Kraftkurve immer weiter abfällt. Dafür musst du Nein sagen können. Und auch das klingt banal. Finde deinen eigenen Stil, wie du Nein sagen kannst. Und dann ist es tatsächlich eine Herausforderung für viele Menschen, aber die Grundlage, um gut Grenzen setzen zu können. Du merkst, wie du denn das, wie du denn das, was mehr in der Zeit, wie du denn das, was ja. So, ich habe mich, dass du denn das, wie du denn das, was man interessiert. Ich habe mich, dass du denn das, was ich, was mich, als du denn das, was wagerst. Vielen Dank.